Albert Einstein, Nikola Tesla, Marie Curie, Leonardo da Vinci. Denken Sie an all diese Menschen. Was hatten sie gemeinsam? Abgesehen davon, dass sie die Welt mit ihren Erfindungen, Entdeckungen und Kunst verändert haben. Sie alle hatten hohe IQs und waren außerordentlich klug und kreativ. Aber man muss kein Wissenschaftler, Künstler, Mathematiker oder Schachspieler sein, um einen hohen IQ zu haben. Und umgekehrt, wenn man einer von diesen ist, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass man einen hohen IQ hat. IQ steht für Intelligenzquotient. Einfach ausgedrückt. Ist es die Punktzahl, die anzeigt, wie gut sie ihre Logik und ihre Fähigkeiten zum Schlussfolgern einsetzen und Geschwindigkeit. Wie schnell sie Informationen verarbeiten. Aber denken Sie daran, dass es viele verschiedene Arten von Intelligenz gibt. Von emotionaler bis zu körperlich-kinästhetischer. Und ein IQ-Test kann nur eine davon messen. Und jetzt sind Sie bereit, Ihren IQ-Wert zu überprüfen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Es gibt zwanzig Fragen in diesem Test. Und Sie haben sieben Sekunden Zeit, um jede von Ihnen zu beantworten. Für jede richtige Antwort erhalten Sie eins Punkt. Vergessen Sie nicht, Ihre Punktzahl zu zählen. Und teilen Sie Ihre Ergebnisse in den Kommentaren am Ende des Videos. Bist du bereit? Dann lass uns anfangen. Frage 1. Wie viele Zwohin erscheinen zwischen 1 und 100? Die richtige Antwort ist 20. Wenn Ihre Antwort richtig war, herzlichen Glückwunsch. Aber wenn sie falsch war, dann haben Sie vielleicht die Zweier in 21, 22, 23 vergessen. Ich bin sicher, Sie haben es verstanden. Frage 2. Schauen Sie sich diese Sequenz an. Welche Zahl kommt als nächstes? In dieser Sequenz ist jede Zahl größer als die vorherige. Das bedeutet, dass die Zahl, nach der Sie suchen, ebenfalls größer als 32 sein muss. Also geht die Sequenz so. Und die richtige Antwort ist 44. Frage 3. Welcher Tag ist es heute Morgen, wenn Mittwoch vor drei Tagen war? Die richtige Antwort ist Sonntag. Frage 4. Was ist ein Viertel von zwei Drittel von 9000? Frage 4. Was ist ein Viertel von zwei Drittel von 9000? Frage 5. Welche Nummer sollte in dieser Reihenfolge als nächstes kommen? Schauen Sie sich zuerst die Eins, Drei, Fünf und Sieben Zahlen an. Sie verringern sich um 1, Minus 1. Auf der anderen Seite erhöhen sich die 2, 4 und 6. Zahlen um 1, Plus 1. Die Zahl, die Sie suchen, gehört zur zweiten Gruppe, da es die achte Zahl sein wird. Und was kommt nach 25? 26. Also ist die richtige Antwort D. Frage 6. Welches Wort ist das Unpassende? A. Index B. Glosser C. Buch D. Kapitel Das Wort Buch ist das Andere, weil der Rest der Wörter alle Teile eines Buches sind. Frage 8. Wie viele Dreiecke gibt es in diesem Bild? D. Kapitel Die richtige Antwort ist 13. Frage 9. Welche Form unterscheidet sich von den anderen? Die richtige Antwort ist C, weil alle anderen Formen 8 Seiten haben, während diese nur 6 hat. Frage 11. Ein Kleid und ein Gürtel kosten zusammen 830 Dollar. Das Kleid ist 720 Dollar teurer als der Gürtel. Wie viel kostet das Kleid? Frage 10 neuroscience. Frage 10 Die richtige Antwort ist A. Frage 12. Welche Zahl folgt als nächstes in dieser Reihe? Jede Zahl ist die Summe der beiden vorhergehenden Zahlen. Wenn du 8 zu 13 hinzufügst, erhältst du 21. Daher ist die richtige Antwort C. Frage 13. Welche Zahl benötigen Sie? Siehst du die beiden Quadrate? Die Summe der Zahlen in ihren Ecken muss 17 betragen. Daher ist 2 die richtige Antwort. Frage 14. Wie wird der fertige Würfel aussehen? Frage 14. Wie wird der fertige Würfel aussehen? Die richtige Antwort ist C. Frage 15. Welches Wort ist das Unpassende? A. Traurigkeit. B. Zuneigung. C. Glück. D. Hoffnung. Die richtige Antwort lautet Traurigkeit, da sie als negative Emotion betrachtet wird, während der Rest positive Gefühle sind. Frage 16. Kate, Joanna und Nathalie sind drei Schwestern. Wenn die folgenden Aussagen alle wahr sind, wer von ihnen ist die Jüngste? Kate ist die Älteste. Nathalie ist nicht die Älteste. Joanna ist nicht die Jüngste. A. Joanna. B. Kate. C. Nathalie. D. Beide Joanna und Nathalie. Die Antwort ist Nathalie. Frage 17. Hier sind zwei Aussagen. Einige Männer sind Könige. Alle Könige haben goldene Kronen. Und hier sind zwei Schlussfolgerungen. Alle Männer haben goldene Kronen. Alle Könige sind Männer. Welche der folgenden ist die richtige Antwort? A. Nur Schlussfolgerung 1. B. Nur Schlussfolgerung 2. C. Entweder 1 oder 2. D. Weder 1 noch 2. E. Beide 1 und 2. E. Beide 1 und 2. D. Frage 18. Was ist das Ergebnis? Die richtige Antwort ist A. Frage 19. Welche Zahl folgt als nächstes in der Sequenz? In dieser Sequenz folgt auf eine zweistellige Zahl eine dreistellige Zahl. und umgekehrt. Daher muss die Zahl, nach der Sie suchen, aus drei Ziffern bestehen, da die vorherige Zahl eine zweistellige ist. Und die Formel für diese Zahlenfolge sieht so aus. Also was Sie tun müssen, ist 54 mit 11 zu multiplizieren. Das macht B zur richtigen Antwort. Frage 20. Die richtige Antwort ist B. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Test abgeschlossen. Ich hoffe, du erinnerst dich an deine Punktzahl. Hier sind die Ergebnisse. 0 bis 6. Wenn Sie 0 bis 6 Fragen richtig beantwortet haben, müssen Sie möglicherweise mehr üben, um Ihre logischen Denkfähigkeiten zu verbessern. Um das zu tun, können Sie solche Rätsel wie Sudoku lösen und Schach und Kartenspiele spielen. Diese sind nicht nur Spaß zu spielen, sondern Sie können auch Ihre Konzentration verbessern. Selbst das Erlernen von etwas Neuem, wie einer Fremdsprache. Oder das Aufnehmen eines neuen Hobbys wird Ihnen helfen, das nächste Mal eine höhere Punktzahl zu erreichen. Wenn du 6 bis 12 Fragen richtig beantwortet hast, bist du definitiv nicht allein. Das ist die Punktzahl, die die meisten Menschen erreichen. Aber das sollte dich nicht dazu ermutigen, dich zu entspannen und nichts zu tun. Es gibt noch Raum für Verbesserungen. Wenn du beim nächsten Mal eine höhere Punktzahl erreichen möchtest, hier sind ein paar Dinge, die du tun kannst. Versuchen Sie, Muster in alltäglichen Dingen zu beobachten und zu erkennen. Schon die einfache Suche nach ihnen hilft ihnen dabei, ihre Konzentration zu verbessern. Apropos, meditiere. Dies wird dir helfen, deinen Stress zu bewältigen. Und wenn du unter Druck ruhig bleiben kannst, kann dich nichts davon abhalten, dich auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren. Lese Mysterybücher oder schaue Mysteryfilme. 12 bis 17 Wenn Sie 12 bis 17 Fragen richtig beantwortet haben, sind Sie eine begabte Person, die überlegene, logische Denk- und Schlussfolgerungsfähigkeiten besitzt. Sie können Muster leicht erkennen. Sie sind gut mit Zahlen. Wenn Ihnen verschiedene Informationsquellen gegeben werden, können Sie Verbindungen zwischen ihnen herstellen. Und Sie haben starke Visualisierungsfähigkeiten. Gut gemacht! 18 bis 20 Wenn Sie 18 bis 20 Fragen richtig beantwortet haben, Hut ab vor Ihnen. Sie können nun stolz Ihren Platz unter den Genies dieser Welt einnehmen.